Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von der Direktor von Hotel Hollywood und Mary Me Harry Was machst denn du hier? Es gibt Orte, die in Tragödien geboren sind. Hier in der Pappelallee 15 hat die erste paradigmatische Wendung der menschlichen Zivilisation begonnen. Es gibt Prophezeiungen, die zu Katastrophen führen. 2012 2012, das ist Vergangenheit. Betreten Sie den neuen deutschen Keller. Meine Aufgabe ist eines Produzenten. Eine Gruppe von fünf Leute lässt sich blind auf ein fatales Angebot ein. Den Menschen vollkommen auszubeuten. Ich gehe mit Johnny Sauce an den neuen deutschen Keller. Aus ihm zu profitieren, ihm auszusauen, bis er nichts mehr hat. Ich gehe mit dieser Erfahrung auszubekommen. Ich bin nicht mehr selbst. Das einzige wahre ist die Kunst. Und davon ist alles abhängig. Glauben Sie selber an das, was Sie in Ihrem Film zeigen? Ja. Jetzt bräuchte ich ja mit dem Film noch nicht drehen, wenn ich das nicht glauben würde. Die Katastrophe ist nicht, was kommt. Die Katastrophe ist das, was schon da ist. Ich glaube, wir müssen gleich los. Final Screamy Green. Paranoide in einem Ende. Fahr eigentlich durch. Wenn du dieses Video gefunden hast, dann habe ich wahrscheinlich irgendwas verbockt. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass es mir wichtig war, es wenigstens zu probieren. Die Aufgabe ist eine, wofür es sich lohnt. Die Aufgabe ist eine, wofür es sich lohnt. Die Aufgabe ist ein, wofür es sich lohnt. Die Aufgabe ist ein, wofür es sich lohnt.